ja ich denke hier sieht es ganz gut aus hier können wir beide brücken beschießen das kann nicht schaden ja alle hau mal raus dann schaffen wir das ding mal hoch scharfschützer auf parker ja sehr gut immer noch ein scharfschützer auf marke einfach da mal drauf halten wenn da eine als hinter mehrere ja verstanden müsste wahrscheinlich die angriff fliegen jetzt ja denke ich auch deswegen ja sieht gut aus jetzt geht da richtig was runter unsere leute stürmen den graben okay der kommandant nutzt meine marke deswegen ja genau genau mach mal weiter ich guck mir mal die linke seite an unsere jungs sind schon über den fluss rüber links das sieht gut aus ja da kommt noch einer auf dem westpunkt da ja ich halte jeden vertrieb auf dem marker 255 moment stelle gleich ein jawoll ja gesicht der steckt ist einfach weg ja ok moin willkommen an bord nur was willst du sagen ich habe noch einen auf 260 auf der kamera ein das ist kein problem hier rechts auf marke zwei direkt west da ist alles voll im graben schön volltreffer nochmal nochmal weiter hinten ein bisschen sieht gut aus verstanden wunderbar genau die kommen den hügel hoch da also einfach an die flanke ballern laufen immer weiter dort schön oh ja dann hat es einen zerrissen einfach drauf da ich bin am dach jetzt können wir ein bisschen blind schießen wir haben Infanterie nah nah an der batterie die krebsen sich hier durchs feld setz mal ein paar ins cornfield direkt auf 2 uhr keine 30 meter scheiße haben die Batterie ja 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 genau das ist jetzt ein ganzer trupp der da kämpft ey krass wow was geht denn hier ab da haben wir mal ein bisschen Müll produziert immer ok dann bauen wir ab die kiste oder dann verschieben wir den fluss runter und ran da also feind batterie ist direkt gegenüber letztendlich 2-4-0 da sind Sandsäcke die haben das gerade abgebaut das Ding da kannst du einfach mal drauf halten ja 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 feldinfanterie ist davor an diesen Panzersperren oder was das sein soll ja gut Panzersperren kann es nicht sein genau ah fuck hab einen von uns getötet aber hier links links des Schusses da laufen sie da sind sie auch das ist schon richtig ja ja ein bisschen weiter hinter schön genau einfach weiter drauf ja sieht gut aus ja sauber da hat sie die Sandsackbarrikade zerrissen ja das ist gut da war noch ein rechte Seite rechte Seite rechte Seite des Hügels ja da schießen die Schütze zurück irgendwoher ja ja aber wie in unsere Richtung von recht hinten am Hügel kommen sie in welche Richtung Richtung 2-4-5 ja ja ist markiert ja exakt ja genau da oben viele auf dem Hügel Hügel dahinter ja ja schön guter Treffer die laufen die ganzen Hügelkamm runter ich fand die Batterie gefunden wo? ist rechts im Fluss runter könnt ihr es von hier einsehen wo ich stehe die Batterie ist direkt eigentlich voraus den Fluss runter sorry hast du mir eine Richtung sagen? äh 2 für ein 5 ah ja ich sehs ey ich sehs ey ich sehs ey zu kurz ok muss höher was ist denn das für ein Rauch da? nein nein das ist ein Bug das war heute schon mal oh schön ich glaub das war ein Treffer echt? nochmal nochmal ah zu kurz noch gutes Stück höher zu kurz? ja deutlich höher ja ich hab nicht mehr Offensier erwischt glaub ich kann sein ja naja das ist schon mal guter als das Teil ja ok ja einfach drauf bleiben wird schon was schief irgendwo schief was oh schön das war direkt dahinter was war das denn? schön das war ein Treffer ah nice ich glaub das Ding ist weg ja das Ding steht noch aber die Leute sind tot ok dann links davon die Sandsäcke oh Beschuss voll klar ja da kommen sie alle her da halten wir einfach drauf ja die Kanone wird gesetzt ja die Kanone wird gesetzt ja jetzt wollen sie es aber wissen jetzt wird es spannend ja 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 alter das wird aber eng hier ja sauber ja sie ist zerstört sehr sehr gut sie hat sich gerade eingeschossen sehr schön ok dann da kommt sie schon wieder einfach drauf halten in die ganzen Hügel kommen ja 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 ja